Mit den Lehren von Durance bin ich nicht vertraut, wie meine Schreibfehler. Durance Gesicht legt sich zu einem Stirnrunzel in Falten, dann tippt er auf den Stab in seiner Hand. Es gibt keine Schriftendichtungen und Wortspiele, die offene Auslegung zuließen. Ihre Jünger sind oftmals nicht willkommen, also gehen sie auf Wanderschaft, eine physische Andacht. Durance Kunst. Schon oft wurde ein Mann von Metaphern getötet, wenn es das Beste gewesen wäre, ihm die Wahrheit zu zeigen, so hätte es sie auch zu sein schien. Vor Durance habe ich meinen Glauben und viele derartige große Worte geknüpft und andere ermutigt, es mir gleich zu tun. Und alle wurden dadurch schlöchert, der Flamme unwürdig. Durance Gesicht verdunkelt sich. Die Andachten stammen aus den Tagen, als Makra nicht jedem begierig Jungen initiierten einfach ihre Schenkel heftete. Stattdessen wies sie die Gläubigen ab und forderte sie auch zum Beweis ihrer Fremdigkeit und Wanderschaft zu gehen. Basierend auf den Prüfungen und Beurteilungen wird dann der Zugang zur Gönning gewährt. Das Feuer ihm wäre zu finden, aber oblag jedem initiierten Selbst und dieser Feuer. Durance wurde sie stört. Dieses Feuer bratte kaum, als sie das erste Mal vor Makraans Tür standen und nach Anerkennung strebten. Durch Betteln führt man keinen Wandel herbei. So etwas aber jetzt zu sagen, die Worte sind nicht willkommen, wie sie es sein sollten. Warum ist das so? Die Worte sind so viele, dass du in der Leitersteche sterben würdest, hörtest du sie dir alle an. Durance gleift die Augen zusammen, als würde er in die Ferne schauen. Die Lehren von Durance aber beneiden die Verstoßung des etablierten Klerus, der solche Erinnerungen an wahre Frömmigkeit auch gebrauchen könnte. Und kein Priester lässt sich gerade seine Annehmlichkeiten entledigen. Es sei es gutes Essen, ein warmes Bett oder den Mund einer Piep für seinen Piep. Ja toll. Durance ist immer so subtil. Dies sind die Prüfungen, die wir, die nur wenige auf sich nehmen können, nachdem sie die Bequemlichkeit in ihren Fängen hat. Okay. Er legt die Stirn im Fallen und seine Augen werden dunkler. Sie sehen die Prüfung von Durance als zur Vorführung des Glaubens unnötig an. Manchmal geilt es unbequem. Sie halten daran fest, dass es andere Wege zur Verbreitung von Makraans Feuer gibt, ohne dabei, so wie es Durance lehrte, Spuren zu hinterlassen. Ich frage mich jetzt gerade, die Quest heißt die Prüfung des Durance. Sind das jetzt seine Prüfungen oder die Prüfung von diesem Durance, über den er gerade redet? Spuren hinterlassen, was meinst du damit? Als die Diszipläne wandten den Weg, die Prüfungen der Durance, die sie sofferten und verabschiedeten, waren auch einer der Justiz. Alle potenzielle Konverte, sogar die faithful, wurden für Wege. Die Prüfung... Manchmal weiß ich echt nicht, was sie aufhören zu reden. Die Prüfungen von Durance, die die Jünger auf Wanderschaft erlitten und austeilten, waren auf Prüfung der Gerechtigkeit. Alle potenziellen Konvertiten, selbst die Gläubigen, wurden auf die Schwäche geprüft. Und wenn sie von ihrer Schwäche gebrochen wurden, dann war es eben so. Klingt hart. Wenn sie überlebten, dann wurden sie gewandelt stärker gemacht, so wie es Magan von allen wünscht. Bevor ich auf dem Weg von Durance wandelte, prüfte ich mich selbst nicht. Ich prüfte auch keine anderen. Um mich herum blühten Schwäche und Ungerechtigkeit auf, weil ich es zuließ. Sagadi ist dabei, eine weitere Knöcher, eine Feilspitze zu schärfen. Es ist nicht mal klar, dass sie überhaupt zuhört, bis sie hochschaut und ihren Kopf schüttelt. Es gibt aber was, das ich an euch Nordleuten niemals verstehen werde. Ihr lebt im Überfluss, in Landen, die euch nicht über Nacht töten. Und trotzdem habt ihr diese seltsame Vorstellung, dass einander in Stücke zu hauen, irgendwie zeigt, dass ihr sie verdient habt. Ich werde es niemals verstehen, denn in Masso können wir uns nicht leisten, einander für Schießübungen herzunehmen. Okay, dass sich mal ein anderer Char hier einmischt. Was sollte der Kleros dagegen haben, dass du die Gerechtigkeit verbreitest? Oh, Wodika. Dorens Rundes, die stört. Die Gerechtigkeit wurde nicht als unsere Pflicht angesehen, die Gerechtigkeit gehörte Wodika. Dorens Grunz. Und die Debatten darüber wurden wedutätzig, ob ein Gott die Zügel über die Verwahrung eines anderen in der Hand haben sollte, meine ich. Wie ich schon sagte, eine seltsame Idee. Dorens Kichertrubolos. Könnte sich wie ein Feuer ausbreiten, das geht gar nicht. Und dennoch erinnerte uns Dorens daran, dass Wodika eins von Mangan verbrannt wurde. Und damit hatte er auch Recht. Wenn eine Göttin die Gerechtigkeit, wahrscheinlich damit hatte sie auch Recht, wenn eine Göttin die Gerechtigkeit verbrannt werden muss, um sich an ihre Rolle zu erinnern, nur dann kann man ganz kleren, dass andere ja auf ähnliche Weise erinnern. Als würdest du andere bestrafen. Also wurde dieses religiöse Wanderdekapitel geschlossen. Also würdest du andere bestrafen. Wenn sie brachen, dann war es eben so. Wenn sie brachen, dann war es eben so. Verheerung ihres Fleisches und ihres Seen, desto größer war ihre Hoffnung auf Erlösung. Es war der Kampf, der sie stärkte. Man kann der Worte überdrüstig werden, bis man schließlich danach dürstet, einem plappenden Nahen das rote Geschenk zu geben. Ob er mag grad dient oder nicht. Ein Gott und der Glauben kann einem Mann dazu bringen, vieles zu tun, was andere schwierig finden würden. Durant steckt über seinen Lippen, als ob sie trocken seien, und auf seiner Stirn bildet sich ein glänzender Schweißfilm. Soviel hat auch Durant selbst zugegeben. Er hat die Aufgaben nicht genossen, aber nicht vor ihr zurückgeschreckt. Also wurde dieses religiöse Wanderdekapitel geschlossen. Und folgst du seinen Lehren? Alles Leben tut das, über Magran oder nicht. Der Krieg der Heiligen macht es notwendig und so widerlich es gewirkt haben mag. Nun, also jede Spur von Eontas, jede schwache Seele, die dem Feind unsere Kehle darbot, bezogen sie für jeden Soldaten und Jürgen Magrath zur Verantwortung, der gefallen war. Ich bestrafe andere, ja. Männer, Frauen und Kinder und ich erspare ihnen nicht den Stab oder jedes andere Instrument, vor dem ich in der Ansicht war, dass es sie lehren und stärken könnte. Eine Heilsäuberung, nicht nur von Eontas, sondern der Schwäche. Ein verbrenntrockener Felder. Ein Opfer am Altar der Piep. Aber wer braucht schon ihre Worte, wenn man ihre Flamme hat, die einem den Weg zeigt. Also wurde dieses religiöse Wanderdekapitel geschlossen. Es gab nicht viele von uns, Dorens Knurrt. Ich bin der Letzte und während es keine Worte oder Dichtungen gibt, die Dorens Leeren verunstalten können, so gibt es doch wenig, was sie am Leben erhalten könnte. Weiß das Feuer stirbt, aber das ist nicht in sich selbst eine Prüfung. Der Krieg des Heiligen verschaffte Dorens eine Zeit lang Popularität. Ein Heiliger für einen Heiligen und Rücksichtslosigkeit für Rücksichtslosigkeit. Dorens zuckt mit den Achseln. Die Wittersten von uns nur, wir trugen die Schlacht zu Eontas und Trittservis. Es brauchte Kraft, die Reketzerei umzukehren und ich bezweifle, ob mal ganz höchste dasselbe geschafft hätten. Dann schwanden die Leeren unter Staben, wie es den meisten Flammen geht. Dorens starrte auf seinen Stab, aber sie hinterlassen immer noch Spuren. Ich habe noch andere Fragen. Er grunzt. Erzähl mir mal über Aschfall. Ja, und da ist es schon vorbei. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Würms. Wir haben aber wieder einiges erfahren über Dorens. Auch wenn das jetzt viel Zeit gekostet hat, wir also nicht mehr in die Feuerfälle kommen werden. Es ist schön, dass es so viele Ticks gibt, auch von den eigenen Gruppenmitgliedern, aber das zieht das Let's Play auch in die Länge. Obwohl ich euch das nicht vorenthalten will. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die ganzen Game-Ticks nicht vorlesen werde. Wow, Jungdrache, Lindwürmer, Saurib. Äh, bitte mithelfen. Äh, love. Ich verpasst ihm da mal was. So, jetzt müssen wir den ganzen Rest hier loswerden. Da muss ich wieder meine Neutage feuern. So, jetzt ist Not der Jungdrache übrig. So. Gegner besiegt. Ich darf wieder neue Leute einstellen, was wieder Geld kosten wird. Aber das war es wert. Dann werde ich wahrscheinlich noch mal rasten. Oh cool, wir stehen hier. So. Obwohl rasten wird nicht nützlich sein. Doris ist noch ein bisschen angeschlagen und Edda auch. Aber neue Leute einstellen. Ähm, ähm, ja. Ja. Berat Priester, den haben wir verloren. Goldpakt Ritter. Ein Hüter der Wildnis. Ja, und den Rabotai-Linienbrecher wahrscheinlich, ja. So. Okay, da haben wir ja im Überfluss. Also können wir die ruhig neu anwerben. Gut. Ah. Können wir uns wenigstens schon mal die Zeit nehmen, zu den Feuerfelsen zu reisen. Obwohl ich echt nicht scharf drauf bin, noch mal gegen Vampire kämpfen zu müssen. So, bitte zu den Feuerfällen. Dann ersparen wir uns das schon mal bei der nächsten Aufnahme-Session. Dass wir gleich wegreisen müssen. Dann kann ich da nämlich mein Safe machen. Und da sehen wir weiter. Also ja, die Kämpfe sind zu schaffen, auch wenn sie schwierig sind. Berat verlässt die Festung. Okay. Wir haben alles gebaut. Jo. Das heißt, es geht wieder in die Drachenhöhle hier. Also was, da gehen wir auch schon mal gleich rein. Und ich finde die Feuerfälle sehen auch ziemlich cool aus mit den Schwefelbecken hier. Also ja, das ist Wasser. Wasser und darunter sind solche heißen Quellbecken. Oder Lava-Becken. Irgendwas in der Richtung. Also hier drin ist auf jeden Fall Lava. Und da hinten ist ein riesiger Schatzhort zu sehen. Also ja, Drache. Den hatten wir ja eh schon mal. Den blöden Feuerspucker. Oh, wow. Ich habe nur vergessen, wie hier drin der Wind geht. Ja, gut. Speichere ich hier mal. Spielspeicher. Das ist jetzt LP 20. LP. Großes B20. Bisschen Freizeit dazwischen. Ja. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. D